Ja, Hallihallo, ich bin hier wieder bei Let's Play Thief mit Lil Farid, finden wir uns hier wieder unter der Kathedrale ein, auf dem Weg zu Orion. Hab ja auch schon in der letzten Folge gesehen, wie hier so eine Art, wie hier die Hacke quasi von einiger Zombies aufgetreten ist. Ich durfte unten auch schon einen total zerfledderten Wachsoldaten finden, was mir ein ziemlich anderer Sehnsitz dafür ist. Ähm, auf wen ich hier gleich treffen werde. Oh Mann. So, ich denke, dass er hier nicht freudiger stimmt. Ich muss berhoffen, dass er mich hier nicht sieht. Aber wo ist denn der andere Typ hier? Den hier habe ich ausgeschaltet. Damit ist es auch einigermaßen duster hier. Ich frage, komme ich jetzt einfach hier vorbei? Wo ist denn meine Wasserfälle? Was könnte das sein? Die Wasserfälle. Schön ruhig bleiben wir hin. Ich bleibe doch mal schön aus. Wo ist denn wir gerade runter? Nicht ganz einfach, was ich hier mache, aber ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Ich kann den Fluss bis hierher riechen. So. Vielleicht kümmere ich mich jetzt auch gleich. Ich habe gerne hier... Wir müssen Freiheit. Ich habe Hunger. Und, hab dich. So, was mache ich denn hier jetzt? Ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr drum machen. Äh, hier kann ich jetzt so hoch. Oder? Ne. So, wenn du die Wand komisch zerkratzt. Ich muss schon vorsichtig sein. Ich weiß nie, wann die Viecher hier aufzauchen können. Ich habe keine Lust, plötzlich zerfleisch zu werden. Was war das? War das erst nicht selber? Ich will zwar verschlafen. Ähm. Ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht eine wesentliche Spielmechanie, die ich eigentlich sonst immer bei solchen Spielen nutze, mitnehme. Und zwar durch dieses, durch das, durch das Kurz-Saven. Kann man ja immer wieder ein bisschen rumprobieren. Kann auch mal ein bisschen was Risky machen. Und dann nachher wieder kurz speichern. Das habe ich eigentlich bisher immer gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das so viel was ich weggelassen habe. Ob, weil das eigentlich meine bewerte Spielmethode ist. Also einfach, weil das Ganze auch wesentlich angenehmer macht. Ich werde darauf jetzt hier zurückgreifen. Weil, es mag vielleicht dann nicht ganz so schön aussehen. Ein bisschen Noobie-like, weil ich das extrem safe dann spiele. Aber es ist mir einfach lieber, als ich nicht am Laufen und Verrecke. Oh Gott. Nee, da gehe ich dann schon mal nicht lang. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, dann nicht lang zu gehen. Ich fühle mich mit denen nicht prügeln müssen. Das ist voll unangenehm. Die sind voll, einfach nur böse. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. Oh Mann. Ach du Scheiße, ich... Oh nein. Ich will mich mit denen nicht prügeln. Was soll denn das? Ich komme von hier nicht darüber, oder? Komme ich hier irgendwo auf die andere Seite? Hä? Das Feindabdrücker sind das denn, wofür stehen die? Ah. Da haben wir schon auf jeden Fall den Scale-Pfeil. So, wenn ich jetzt hier nicht wieder abstürze. Schön. So, so komme ich zumindest ein bisschen außen an denen vorbei. So, wenn man zehnmal lieber ist. Als eben warten, bis der da weg ist. Bis die beiden da weg sind. Ich meine, die sehen mich offensichtlich sowieso nur... Obwohl, ich weiß gar nicht, wie es bei den Laufenden war. Und die mich jetzt auch einfach so sehen. Oder ob ich bei denen dann... ...undigermaßen gut vorbeikomme. Problem natürlich auch, ich muss da vorne scheinbar ein Rad hochdrehen. Und ich kann die nicht einfach so einfach töten. Oh Gott, ihr seid so unglaublich. Ich kann die hier jetzt nicht mehr hochkommen, deswegen. Okay. Wieso geht jetzt das Licht einfach wieder aus? Okay. Warum ist das so viel ausgegangen? Was hätte es eigentlich nicht sollen? Ich bin auch gar nicht okay von denen. So, wo bin ich jetzt hier? Ja. Wieder so ne... Eigentlich ist das auch hübschliche Falle. Ich würde sagen, wie ich auf Zweifel gefehlt hab. So, ein bisschen aufpassen jetzt. Ah, die fängt seit uns da dramatisch an. Dann warte ich doch mal eben. Ich muss mich echt daran halten, dass es hier nicht zu einfach ist. So, war es jetzt um die Gashen hinzuzudrehen. Über diese eigenartigen Markierungen. Die scheinen keinen tieferen Aussage mehr zu haben. Ich kann gleich bei diesen Fallen auch gucken, ob ich dann... So, jetzt hier ist es natürlich drauf. Aber es passiert nichts, Gott sei Dank. Schriftrollenhalter. Auch gut. Ähm, ich muss nach oben. Ich ziehe die Tür. Ja. Wir haben hier. Doch, du wirst jetzt tot. Die Schlammung ist vorbei. Wie es Orion versprochen hat. Ganz schön vorsichtig Einfach hier jetzt Ne, glaube ich ja fast nicht, oder? Ja, doch Wow Was sehen die denn da unten? Ich kann hier nichts hören Ich habe eigentlich nichts drunter gehört, ich weiß nicht, ob ich euch Leute nicht mehr hören kann Und einer von denen wenigstens wieder, dass ich mir den schnappen kann Gar nichts, da bin Greystone, ein dieser Wachbastard erledigt, aber diese Dinger sind... Ich wollte mal kurz gucken, ob ich an dem Sound, oder an dem Sound, irgendwas anders ist Ich habe aber eigentlich nichts Das ist zwar relativ weit runter So Nö Ich muss allerdings so weit runterstellen, weil sonst hört man mich nicht mehr, dass ich auch, dass ich alles komplett hochstellen muss Ich weiß nicht, warum meine Stämme selbst so leise ist, ich kann es auch nicht lauter aufnehmen Und auch nicht irgendwie hochstellen Na, kommst du da, kommt einer zurück? Komm, einer will doch zurückkommen Einer möchte zurückkommen Nicht? Schade Du bist da hinten hin Ich kann mal schnell hier unten rein Mein Nacken schmerzt Hey, der Oma wird uns da oben wohnen Aber ich glaube, da ist keine Pflanze dran Sondern es sind nur diese kurzen Blümchen Ah, einen habe ich aber schon mal ausgenockt Das ist aber einfach deutlich besser Aber den zweiten muss ich gar nicht ausknocken Also vielleicht, um da noch hinzukommen, aber Nicht als notwendig gewesen Deswegen werde ich es auch einfach mal nicht tun Ich habe noch mehr als genug zu tun, wahrscheinlich Ich habe noch mehr als genug zu tun Dreht meine Stammrad hier Was ist denn hier los? Äh, da geht es weiter Oh, das ist wahrscheinlich nicht Ach, ich muss sterben Okay, das macht es gut nach vorne Okay Das hier gibt's hin Schatten, 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 schatten Hallo Licht aus Das ist echt voll nachteilig Ich will eigentlich über Licht aus haben Damit ich mich hier nur durchschleichen kann Das Problem ist In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel Aaron ist hier, das spüre ich Betritt die Rotunde Was ist denn so, was ist denn eine Rotunde? Dieses komische, ründliche Gebäude Wären die Rotunden genannt? Wusste ich gar nicht Aus wie Monster in schwarzem Stahl Das war nicht wie heute Und doch hatten sie Angst Sie wussten, uns hält nichts auf Wir waren so maßlos Jetzt ist die Brücke weg Ein Loch in der Market Street, wo einst Menschen waren Lieber auf dem Grund des Flusses, als in der Knechtschaft der Adligen Die Stadt wird neu erstehen, Bruder Geschmiedet durch das Volk Nicht in den Schmieden des Barons Du musst aufpassen, ich weiß nicht, ob die hier auch lang patrouillieren Sieh nach, was das war, Freund Gut, dass du nachgesehen hast, Bruder Bleib wachsam Ja, er hat der Maul über der Nebelkrähe Was haben denn so Schränke dafür da, dass man sich darin gut verstecken kann? Ja, komm, wo seid ihr bönen Wachen? Ich glaub, ich könnte hier vielleicht noch einen von euch mitnehmen Oder auch zwei Diese Schränke sind hier wirklich sehr vorteilhaft dafür Um mal eben schnell jemanden auszumachen Aber die wollen offensichtlich nicht Nö Na toll Da setzt du dein blödes Maul über den Nebelkräher Krieg ich das Feuer hier vorne einfach mal eben aus? Guck woanders hin Oh, da hinten wär's auch langgegangen Ich weiß ja nicht wohin Ähm, so Aber ich riskier jetzt auch nicht, da rein zurückzulaufen Den ganzen Scherben da vorne Das ist reichlich risky Ja Der Wandel ist nah Niemand kann ihn noch aufhalten Ne, ist mir jetzt grad zu risky Äh, ich würd hier auch gern so gern alle ausschalten einfach Damit ich hier meine Ruhe hab Was ist denn das? Hab ich jetzt irgendjemand alarmiert? Das hört sich noch nicht so an Vielleicht hab ich jetzt Glück gehabt Vielleicht hat mich keiner von hinten rücken oder so Ob ich das jetzt doch jemanden alarmiert hab So Mal den anderen wo das Schloss hier aufmachen Für das Glück ist hier nämlich Sind hier nämlich irgendwie, keine Ahnung, Pfeile oder so drin, ne? Ja, ein Traum Hm Ein Sägezahnfall Perfekt Und noch einer Perfekt So Ach du Scheiße Jetzt drin die Talmrad Ja, ganz ruhig Haltet euch mal wieder ruhig Ihr blöden Nebel krähen So Aber Ich stehe hier oben jetzt grad richtig safe Deswegen werd ich hier jetzt auch mal einen Cut machen Und wir machen dann im nächsten Part weiter Ich freu mich auf jeden Fall schon mal drauf Bis dahin Euer Little Farid See ya